Mit der Sitzung der FED ist nach meiner Auffassung etwas sehr, sehr Wichtiges passiert gestern, nämlich die US-Notenbank killt das Goldilocks-Szenario für die Aktienmärkte. Also jenes Szenario, das sagt Mensch, wir leben in der besten aller Welten. Wir haben eine boomende Wirtschaft auf der einen Seite, wir haben Unternehmen, die sehr viel Geld verdienen, also gute Unternehmensergebnisse und sie, wir haben dann noch eine Notenbank, die weiter voll schießt, die weiter voll unterstützt, besser geht es doch nicht, das ist praktisch der Liquiditätsfaktor, der ja so dominant geworden ist in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren an den Märkten, in Reaktion auf schwere Krisen. Jedenfalls sehen wir, dass dieser Liquiditätsfaktor jetzt zumindest infrage gestellt ist, denn die FED hat viel hockischer agiert, als die Märkte das erwartet haben. Damit sage ich nicht, dass wir jetzt vor einem Crash der Aktienmärkte stehen, aber dass der Gegenwind deutlich größer wird, dass dieses unbeschwerte Hurra, Hurra, wir leben in der besten aller Welten, dass das vorbei ist und dass es jetzt darauf ankommen wird, welche Sektoren man sich aussuchte, welche Sektoren am besten laufen in nächster Zeit und welche eher nicht. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Nach meiner Auffassung ist hier vor allem der Aspekt, dass die FED die Inflation unterschätzt hat und das gestern eingestanden hat, sehr, sehr relevant. Wir starten zunächst mal mit den Dotplots, also den Projektionen der FED-Mitglieder, wie sie sich die Zinsentwicklung vorstellen. Jetzt war es so, dass sieben Mitglieder gestern gezeigt haben in den Dotplots, dass sie schon für 2022 eine Zinsanhebung erwarten und die klare Mehrheit der FED-Mitglieder für 2023 sogar zwei Zinsanhebungen erwarten. Das war viel horkischer, viel höher als bei den letzten Dots, also als die FED das letzte Mal diese Projektionen gemacht haben. Die kommen praktisch vierteljährlich, also das letzte Mal auf der März-Sitzung. Und deswegen war dieses Juni-Meeting auch so bedeutsam, weil eben da diese Projektionen in Sachen Wirtschaftswachstum, Inflation und eben die Dotplots enthalten sind. Und die Märkte haben auf diese Dotplots zunächst mal sehr, sehr stark reagiert. Anleihrenditen nach oben gegangen, Dollar nach oben gegangen, Aktienmärkte nach unten gegangen. Dann kam Folgendes. Dann die Aussage von Jerome Powell, als er dann mit der Pressekonferenz begonnen hatte. Ja, also diese Dotplots, die sollte man doch mit a grain of salt genießen, wie er das formuliert hat. Also niemand kennt die Zukunft und da ist Jerome Powell vielleicht wirklich sehr progressiv in dieser Auffassung. Die FED traut sich nicht zu, wirklich die Zukunft zu prognostizieren und sagt, das kann man nicht. Dementsprechend müssten solche Vorhersagen mit eben Vorsicht genossen werden. Das hat die Märkte dann wieder beruhigt. Wir sehen hier etwa den S&P 500, der mit dieser Aussage dann wieder nach oben gegangen ist. Also die FED hat den Märkten eine Wunde geschlagen durch diese Dotplots. Und Jerome Powell hat gewissermaßen gleich ein Pflaster draufgeklebt und gesagt hat, ach so schlimm ist das nicht. Das ist halt nur so eine Projektion, nicht wahr? Also wer kennt schon die Zukunft, das könnt ihr eigentlich ja vergessen, was da hier impliziert ist. Dementsprechend die Märkte erstmal nach oben. Aber das ist nach meiner Auffassung der Versuch gewesen, eben die Märkte zu beruhigen, wie ich gestern auch auf Finanzmarktwelt versucht hatte zu formulieren. In den Headlines, Powell versucht die Märkte zu beruhigen. Hier, Kathy Jones sagt hier richtigerweise, ja, klar, solche Dotplots, solche Projektionen, wie die Zukunft aussehen wird, das kann ja keiner vorhersagen. Aber es zeigt doch die Stimmung innerhalb der FED. Es zeigt, wie eben die einzelnen Mitglieder denken, wer jetzt davon ausgeht, dass wir 2022 schon eine Zinsanhebung haben, der ist wahrscheinlich auch eher bereit dafür zu stimmen, für eine Zinsanhebung in 2022. Eben wahrscheinlich, weil die Inflation stärker ausfallen könnte. Also insofern ist es schon relevant und eins darf man nicht vergessen, hier hat eine massive Verschiebung stattgefunden. Denn die FED hat vorher immer gesagt, ja, wir schauen uns mal die Daten an, wir lassen die Inflation mal ein bisschen überschießen. Alles gut, macht euch keine Sorgen, wir haben die Dinge sowieso im Griff. Und diese Selbstsicherheit in Sachen Inflation, die ist jetzt weg und zwar in zweierlei Hinsicht. Erst hat die FED immer gesagt, ja, lasst uns doch, Hauptsache die Wirtschaft unterstützen, Hauptsache jetzt mal hier Gas geben. Aber jetzt ist eben die Inflation so heiß gelaufen, dass jetzt dieses Mantra der FED plötzlich weg ist, eben erstmal die Wirtschaft so ein bisschen ruhig überhitzen zu lassen. Das ist jetzt kaputt, das ist jetzt zerstört, da ist überhaupt nicht mehr die Rede davon. Und das hat die FED gestern indirekte zugegeben, indem Jerome Powell gesagt hat, diese Bottleneck-Effekt, also diese Lieferengpässe, diese Flaschenhälse könnte man sagen, die haben wir unterschätzt. Die sind stärker, als wir gedacht haben. Da ist also das erste Eingeständnis der FED und von Jerome Powell, dass man diese Dynamik der Inflation unterschätzt hat und jetzt eben reagieren muss und wird. Genau das ist der zentrale Faktor. Wir sehen hier, dass man die Wachstumserwartungen für die US-Wirtschaft deutlich nach oben genommen hat, von 6,5 auf 7,0 Prozent. Und vor allem eben auch die Inflationserwartungen, PCE, also Personal Consumption Expenditure, von im März 2,4 Prozent auf jetzt 3,4 Prozent im Jahr 2021. Das ist ein ziemlicher Schritt. Das ist ziemlich heftig. Das zeigt, dass man also jetzt so ein bisschen schon in Panik geraten ist angesichts dieser Inflation. Paul hat natürlich dann auch in der Pressekonferenz versucht, das Ganze zu beruhigen und hat gesagt, Mensch, das waren ja Gebrauchtfahrzeuge, die hier so massiv gestiegen sind oder die Preise für gebrauchte Fahrzeuge, für Flugtickets etc. Das seien ja Dinge, die sozusagen dann auch wieder abeppen. Da ist eben jetzt sehr viel Nachfrage plötzlich da nach dem Lockdown-Glanz klar, aber das wird abeppen. Aber wir haben eben, und das ist vielleicht das entscheidende Thema, strukturelle Veränderungen. A, durch die Deglobalisierung, das ist das eine. Und dann B, durch diese ganze grüne Technologie, die jetzt politisch weltweit praktisch gefördert wird und die für höhere Kosten sorgen wird, auch für die Verbraucher und die dadurch für Inflation sorgen wird. Aber dementsprechend, selbst wenn diese Bottlenecks, wenn diese Lieferengpässe dann aufhören sollten, dann dürfte eben dieser Druck weiter bestehen bleiben, weil der strukturell ist und nicht temporär, nicht transitory ist, gewisserweise. Stalingrad in Purski, ein bekannter Zyniker, der sich dann über die FED lustig macht und sagt, ja, ich verstehe gar nicht, warum die Märkte runtergehen. Und das haben sie dann in Reaktion eben vor allem auf die Veröffentlichung der Dotplots gemacht. Die werden doch sowieso nie mehr die Zinsen anheben, weil das gar nicht geht. Und spätestens, wenn die Märkte 10% fallen, dann wird es keine zwei Zinsanhebungen mehr in den Dotplots nächstes Mal geben für das Jahr 2023. Und ein interessanter Punkt, finde ich, den Stalingrad in Purski hier macht, ist zu sagen oder darauf hinzuweisen, was Paul eigentlich gesagt hat. Der gesagt hat, na, wir haben keine Erfahrung in einer solchen Situation, aber wir wissen dennoch, und das ist ja das, was die FED immer für Mittel hat, wir müssen dennoch, wie die Zukunft aussieht, indem wir sagen, die Inflation ist transitory. Also das passt irgendwie logisch nicht zusammen, was die FED gesagt hat. Und jetzt hat man faktisch eingestanden, dass das ein logischer Widerspruch ist, dass man die Sache unterschätzt hat. Und vielleicht wird die FED doch ein bisschen die Zinsen anheben müssen. Wir hatten ja vor der Corona-Krise auch über eine Leitzinse deutlich über 1%. Wir hatten teilweise Anleiherenditen bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe von über 3%. Also all das hat nicht dazu geführt, dass die Märkte gecrashed sind. Das kann man schon vertragen, auch wenn natürlich die Schulden durch die Corona-Krise deutlich höher geworden sind. Aber das ist eben jetzt der Punkt, auf den zu achten ist, oder zwei Punkte nach meiner Auffassung, auf die Sie jetzt achten sollten. Erstens der Dollar, der gestern signifikant stärker geworden ist. Wir sehen hier diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Warum ist er stärker geworden? Weil Paul zum Beispiel klargemacht hat, dass diese Sitzung jetzt im Juni war eine Sitzung Talking About Talking About Meeting. Also wir sprechen darüber zu sprechen. Vorher war ja das Mantra immer We are not thinking about thinking. Jetzt ist man dabei Talking About Talking. Das ist sozusagen jetzt das, was sich verschoben hat. Und Paul hat auch gesagt, ja, es gibt das Risiko, dass die Inflation doch höher sein wird, als wir vorher gedacht hatten. Ein interessantes Eingeständnis. Aber Fakt ist, wir haben jetzt erstmals offiziell bestätigt, dass die Fed über Tapering spricht. Und wie gesagt, das ist nicht ein Drama für die Aktienmärkte. Aber es ist jetzt eben nicht mehr dieser bedingungslose Rückenwind. Dementsprechend ist es zu erwarten, dass wir, das wollte ich hier gleich zeigen, da mache ich das wieder zurück, meine Damen und Herren. Jetzt wissen Sie schon, was auf Sie zukommt. Ich habe hier eine bestimmte Grafik gesucht. Aber however, die kommt wohl ein bisschen später, habe ich schon an seine Erinnerung. Seistum jedenfalls ist eben dieser Rückenwind jetzt dieses Goldilocks Szenarios einer bedingungslos unterstützenden Notenbanken. Der ist erstmal vorbei und wir sehen vor allem, dass der Dollar stärker geworden ist. Die Anleiherenditen gestiegen sind und dadurch eben auch die realen Renditen deutlich nach oben gegangen sind. Die sind immer noch deutlich negativ, aber eben deutlich weniger negativ. Das ist hier ein inverser Chart. Und das belastet eben zum Beispiel den Goldpreis deutlich. Wir sehen hier die Market Implied Fed Rates, also die Erwartungen für Ende 2022 durch die Fed Fund Futures. Und wir sehen, da sind die Erwartungen nach oben gegangen. Und wir sehen hier die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite, die weit und deutlich über die 1,5er Marke gestiegen ist. Achten Sie auf dieses Niveau 1,7, 1,78 Prozent. Das Letzteres, nämlich 1,78 Prozent, war das Hoch bei der 10-jährigen Staatsanleihenrendite. Letztes Mal gewesen, bevor es dann nach unten ging. Sollte die 10-Jährige über dieses Niveau klettern, dann bin ich überzeugt, dann sehen wir ziemliche, ich will nicht sagen Panik an den Märkten. Aber dann wird es unruhig, dann wird es richtig volatil an den Märkten. Denn dann sind die Anleihen plötzlich wieder gefragt. Dann sehen wir einen Rush in die Sicherheit von Staatsanleihen, vermeintliche Sicherheit. Jedenfalls reagieren jetzt die Dickfische auf das Geschehen. Mary Lynch sagt jetzt, okay, wir erwarten Tapering in early 2022. Und im September wird es hier schon die Notenbank ankündigen, eben diese Reduzierung der Anleihekäufe offiziell zu verkünden. Auch JP Morgan sieht es ähnlich. Die sagen, ja, wir sehen auch im Frühjahr oder Anfang 2022, dass Tapering, die Fed, sei durch die höhere Inflation, durch diesen Inflationsdruck und eben auch die Fortschritte in Sachen Corona doch deutlich hawkischer geworden. Und das dürfte das allgemeine Mantra jetzt sein. Oder das ist die Verschiebung, die wir jetzt sehen, die Reaktion der Märkte auf das Geschehen. Und hier sehen wir mal die Sektoren gestern, da ist ja scheinbar nicht viel passiert an den Aktienmärkten, obwohl der Dollar deutlich stärker geworden ist, obwohl die Renditen deutlich nach oben gegangen sind. Aber wir sehen, welche Branchen sich hier besser halten. Vielleicht ist das das Muster. Wir sehen, dass die Finanzwerte noch mit am besten abgeschnitten haben mit nur minus 0,1 Prozent. Wir sehen, dass Industrials und Materials gelitten haben. Wir sehen, dass Utilities gelitten haben, also Versorger. Die sind immer dann gut, wenn die Renditen unten sind. Wenn die Renditen steigen, sind diese Versorger, sind Utilities nicht so gut. Information Technology auch nicht so gut. Also Tag dürfte belastet werden, wenn die Anleihenrenditen eben weiter steigen dürften. Wenn insgesamt ist, und das war die Grafik, die ich vorhin gesucht habe, insgesamt ist, mit Volatilität zu rechnen. Das hat die Märkte schon ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Das war deutlich horkischer. Manche hatten ja gesagt, da wird nichts in Sachen Dotplots für 2023 drin sein. In Sachen Zinsanhebung, da wird nicht der Zinssatz für die überschüssige Liquidität der Banken, die sie bei der Fed parken. Da wird nichts geändert, aber es war eine Anhebung um fünfe Basispunkte beim IOER. Wir haben die Dotplots, wir haben diese Aussagen zur Inflation und wir haben jetzt eben beim S&P 500 eine Saisonalität, die für die zweite Juniwoche ungünstig ist. Kann diesmal anders sein, gar keine Frage. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht hier ein düsteres Bild an die Wand malen, sondern nur sagen, dieses Goldilocks-Signalium, dieser Rückenwind, der ist jetzt weniger geworden. Der ist jetzt nicht mehr so da und das ist eben jetzt der Punkt, der für die Märkte relevant sein wird. Die einzige Richtung, in die es jetzt gehen kann, für die Fed und auch für andere Notenbanken, ist eben diese Accommodation zu reduzieren, also diese ultralaxe Geldpolitik zurückzufahren. Es ist nicht die Frage, ob das passiert, sondern wann es passiert. Nach wie vor ist diese ultralaxe Geldpolitik ja noch da, das unterstützt eben dann auch die Aktienmärkte noch. Aber man guckt ja schon in die Zukunft, sechs bis zwölf Monate sagt man ja bei den Aktienmärkten und fragt sich, was kommt dann? Und das wird dann eben jetzt schon eingepreist, diese Zukunftserwartungen. Das ist eben letztendlich dieser Gegenwind durch dieses absehbare Tapering, durch die Frage eben, was mit der Inflation passiert. Achten Sie auch auf den Arbeitsmarkt. Das war ja die letzte Ausrede für die Fed, zu sagen, wir müssen die Geldpolitik hier so ultralax halten. Gestern hat Paul eingestanden, ja wir haben da noch Probleme am Arbeitsmarkt, aber in ein bis zwei Jahren werden wir einen super Arbeitsmarkt sehen. Also es entfällt dann auch das letzte Argument für diese ultralaxe Geldpolitik. Dementsprechend werden dann die Arbeitsmarktdaten sehr, sehr wichtig werden. Und natürlich die Inflationsdaten, das alles dürfte dafür sorgen, dass die Märkte jetzt nicht mehr in diesem Schlafmodus sind, dass wir ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Volatilität und vor allem auch mehr Umsätze bekommen. Gestern deutlich, deutlich mehr Umsätze als davor, als wir so in diesem Schlafmodus meistens so ein bisschen aller 2017, Jahr 2017 Style immer so ein bisschen nach oben gelaufen sind. Oder manchmal auch ganz leicht gefallen sind unter dünnsten Umsätzen. Das dürfte vorbei sein. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag. Heute Abend das Markeflüster etwas früher. Ich denke spätestens 18 Uhr und morgen kein Videoausblick und kein Markeflüster. Da gönne ich Ihnen einen Tag ohne mich. Das ist mein Geschenk für Sie zum Wochenende. Also heute etwas früher das Markeflüster. Servus und ciao.